Geislingen unterwegs. Sie kriegt unseren Auftrittsapplaus. Alexandra Stadelmeier. Untertitelung des ZDF, 2020 www.feyyaz.tv ZDF, 2020 www.feyyaz.tv 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Toller Abschluss mit Lord Lichtenstein und Alexandra Stadelmeier. Ja, auch züchterisch, meine Damen und Herren, hat er also alles, was die heutige Dressurlandschaft immer noch verlangt. Lord Loxley, selbst Bundeschampion und dann der berühmte Elite-Hengst aus der Trakener-Zucht, Gribaldi. Ja, Martin, was war dein Eindruck? Ein augengefälliges Bild. So viel darf ich vorwegnehmen. Ja, also für mich war der Ritt in einer anderen Liga von der Qualität des Pferdes und der Lektionen, wobei Alexandra noch viele Punkte verschenkt. Das Pferd ist sehr sensibel und wenn Sie Ihre Hilfengebung... Das Pferd ist sehr, sehr schön. Vielen Dank.